Es sieht halt so aus, als wärst du, äh... Na, naja... Wirst du meinen Satz kommen? So! Dieser Baum hat... Mhhh, da musst du nicht vor der Tür warten, hier. Kann man da noch rein? Mitten ins schwarze Loch. Das können wir anmachen, warte, ich quatsche jetzt mal ganz kurz mit.